Sprechen wir von Transformationen, müssen wir auch die digitale Transformation in den Blick nehmen. Die Digitalisierung ist heute nicht mehr wegzudenken. Wir alle nutzen digitale Geräte, Infrastrukturen, Kommunikation und unsere Welt wird dadurch immer vernetzter. So stellt sich im Kontext des Klimawandels und der Nachhaltigkeit die Frage, welche Effekte die Digitalisierung hat. Schaffen wir es mithilfe der Digitalisierung, alte Probleme zu lösen, indem wir Prozesse optimieren, Ressourcen einsparen oder entstehen auch neue Probleme durch die Digitalisierung, die sich dann z.B. negativ auf das Klima und die Nachhaltigkeit auswirken. Beispiele wären hier neue soziale Spaltung der Gesellschaft oder vielleicht auch erhöhte Energiebedarfe. Die Antwort ist ja, es gibt diesen Double Major Task und sehr wichtig in diesem Kontext ist das Datenthema. Haben wir es heute mit Big Data zu tun, ergeben sich daraus neue Chancen. Wir können digitale Daten z.B. nutzen, um die SDG-Indikatoren zu untersetzen. Daten können aber auch dabei helfen, Ressourcenverbräuche zu optimieren. Dennoch ergeben sich auch hier neue Herausforderungen, die z.B. im Zusammenhang mit Datenqualität, Datenschutz, Data Privacy oder Datensicherheit stehen. Daraus lässt sich auch die Frage ableiten, wie er letztendlich von den neuen Daten profitiert und wie sie genutzt werden, um beispielsweise der Bevölkerung Sachverhalte besser zu kommunizieren. Ich möchte an dieser Stelle gar nicht weiter in die Tiefe gehen. Es geht mir vielmehr darum, hier noch einmal zu betonen, dass sich unsere Welt im Wandel befindet. Der Klimawandel ist ein wichtiges globales Phänomen, das wir mit noch mehr Kraft angehen müssen. Aber der Klimawandel kann nicht losgelöst von anderen Wandelprozessen gesehen werden. Dies zu verstehen und anzuerkennen, ist ein erster Schritt dahin, dass wir unsere Welt nachhaltiger gestalten. Wir sind jetzt am Ende dieser Lektion angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen, Sie konnten Neues lernen und auch etwas mitnehmen, vielleicht ganz für Sie persönlich auch, für die weitere Arbeit und den Umgang mit dem Klimawandel. Vielen Dank!